Fans and many people watching on HR3 or SETI-F geht es jetzt um den vakanten Titel der WPA K1 Rules World Title der vakanten Weltmeisterschaft, die heute ausgetragen wird hier in Kassel. Und dazu rufe ich in die blaue Ecke vom Fightcamp machen in Duisburg Stefan Leckho! Läuwege! 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 Kassel! Kassel! Läuwege! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und der Herr raus. Und der raus. Und sein Gegner. In die blaue Ecke. Aus Kassel. Mariko! Aus Kassel. 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 WELCOME TO THE RAIN! 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 Danke. Zabonato, zabonato. Fantastik. Zabonato! 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 Mariko! 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 Seconds out. Ringfrei Runde 2 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 Ringfrei Runde 2